Westküste FM, der Buchtipp, heute von Gabriele Scheller. Die junge Alice lebt eigentlich ein gewöhnliches Mittelklasse-Teenager-Leben. Sie ist gut in der Schule, sportlich, aber manchmal etwas zickig, wie das halt so ist. Ihr Leben ändert sich an dem Abend, an dem sie zum ersten Mal auf ihren vierjährigen Bruder Jason aufpasst. Sie streiten sich und in der Zeit, in der sich die beiden aus dem Weg gehen, verliert Jason durch einen tragischen Unfall sein Leben. Eine regelrechte Katastrophe, die die Familie zerreißt. Mit einem Satz geht es sechs Jahre in die Zukunft. Alice wacht auf und erlebt etwas, was für sie mittlerweile Alltag ist. Ihr brummt der Schädel und sie kann sich nicht mehr erinnern, wie viel sie letzte Nacht getrunken hat oder wo sie sich gerade befindet. Nach einem langsamen Zurück-Tasten in die Wirklichkeit findet sie folgende ungewohnte Situation vor. Sie liegt im Wohntrailer ihres derzeitigen Bosses, einem schmierigen Leiter eines Trip-Clubs, in dem Alice zurzeit kellnert. Ihr Boss liegt also neben ihr, atmet aber nicht. Und direkt hinter ihm befindet sich eine Sporttasche, in der sich über 90.000 Dollar und eine nicht unbeträchtliche Sammlung von Drogen mit voraussichtlich hohem Straßenverkaufswert befinden. Noch bevor sich Alice einen Reim machen kann, tauchen bereits zwei Männer auf, die ihr sehr schnell und bestimmt klar machen, dass ihr toter Boss keineswegs der Besitzer des Tascheninhalts ist und dass sie eigentlich schon zu viel gesehen hat. Den einen oder anderen Zufall und eine Schießerei später, mehr will ich an dieser Stelle nicht verraten, ist Alice mit ca. 90.000 Dollar auf der Flucht und der Gangster-Boss Sinclair betrübt über den Verlust des Geldes und seiner zwei besten Mitarbeiter, vermutlich in dieser Reihenfolge, heftet sich an ihre Fersen. Nicht das Geld interessiert ihn wirklich, die zurückgelassenen Drogen sind ohnehin mehr wert, aber ein Exempel will er an Alice statuieren. Zum ersten Mal seit langem mit einer Chance auf einen Neuanfang versehen, weiß Alice anfangs nicht zurecht, was sie nun mit dem Geld machen soll. Erst einmal raus aus der Stadt. Vielleicht kann ihr Irrton helfen, der ihr damals, als sie gerade von zu Hause ausgerissen war, kurzzeitig Unterschlupf gewährt hat, ihr zugehört hat, ohne sie zu verurteilen. Unterwegs von Pennsylvania über Virginia nach North Carolina schließt sich ihr Delilah an. Ein junges Mädchen, ebenfalls von zu Hause ausgerissen, aber mittellos. Auch sie ist auf der Suche nach einer neuen Chance. Ob und wie die Karten in North Carolina für alle Beteiligten neu gemischt werden, und wer es miterleben wird, kann ich Ihnen natürlich nicht verraten, das erfahren Sie am Ende dieses nachdenklich machenden, bisweilen zum schwarzen Humor neigenden Romans. Die Schuld Die Schuld